Wir möchten Gesicht zeigen und wir werden mit vielen lieben Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein, um genau das zu tun. Es werden bewährte Gesichter sein, aber auch neue Gesichter. So, Grüße liebe Freunde der Haftigkasse und alle, die es noch werden wollen. Wenn Sie in den vergangenen zwei Jahren in der Pandemie auch immer mal das Gefühl hätten, ich wünsche mir mal wieder einem Vertriebspartner in die Hände zu schütteln, dann kommen Sie vorbei, besuchen uns. Ja, endlich ist es wieder soweit. Wir sind wieder dieses Jahr dabei, ganz live und in Farbe und ich freue mich jetzt schon auf den regen Austausch mit Ihnen. Es werden wieder ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein, Geschäftspartner und auch andere Branchenteilnehmer. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir mit vielen spannenden und neuen Ideen im Koffer wieder zurückfahren werden. Endlich wieder live und in Farbe, die DKM in Dortmund. Als neues Gesicht bei der Haftigkasse freue ich mich sehr, Sie kennenzulernen. Halt der Katz den Hals, so sagte meine Mutter immer, wenn man sich mit ihr auf Augenhöhe unterhalten sollte. Und das wollen wir auf der DKM mit Ihnen. Wir freuen uns, mit Ihnen wirklich in die Augen schauen zu können, nicht immer in den eingegrenzten Bildschirm. Wir haben richtig Lust und wir freuen uns, Sie in Dortmund zu treffen. Ja, wir haben Lust auf die DKM 2022 und wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie. Kommen Sie bei uns vorbei. Ich freue mich auf einen anregenden Austausch und einen leckeren Kaffee. Wir sehen uns in echt und ich garantiere Ihnen, wir halten keine Katze den Hals zu. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Wir sehen uns in Dortmund. Ich freue mich auf die Tasse Kaffee. Wir freuen uns auf Sie. Wir sehen uns in Dortmund. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich muss los.